Die Hunde des Krieges ist einer der bekanntesten Romane von Fried-Erik Forsyth. Hintergrund Der Originaltitel lautet The Dogs of War und bezieht sich auf ein Zitat aus William Shakespeare's Drama Julius Caesar aus dem 3. Akt. Szene Das Buch beschreibt einen von Söldnern ausgeführten Putsch in einer fiktiven schwarzafrikanischen Republik. Gemeint ist offenkundig Äquatorial Guinea zur Zeit des Diktators Francisco Macias Engema, denn die Hauptstadt des fiktiven Staates Zangaro ist. Clarence Malabo, die Hauptstadt Äquatorial Guinea, wurde 1827 als Port Clarence von den Briten gegründet. Mit dem Motto At least weh treit ist das Buch Männern in namenlosen Gräbern gewidmet. Angeblich ist die Handlung von Forsythe-Erlebnissen als Reporter im Biafra-Krieg inspiriert. Handlung Es geht um einen milliardenschweren Platinberg im Dschungel von Zangaro. Da er von dem korrupten und verbrecherischen Regime keine Schürfrechte erwarten kann, will der Chef einer Londoner Bergbaugesellschaft für dessen Sturz und die Einsetzung einer ihm wohlgesinnten Regierung sorgen. Er engagiert den berühmten Söldner Carlos Alva Thomas Shannon für die heikle Operation, verschweigt ihm aber den eigentlichen Grund. Cat Shannon macht sich ein persönliches Bild von den Verhältnissen in Zangaro und bandelt mit der Tochter seines Auftraggebers an. Somit über die Hintergründe des Auftrags im Bilde gewinnt er altvertraute Spezialisten, die Hunde des Krieges, für das Unternehmen. Über seine Verbindungen in ganz Europa besorgt er teils illegal Boote, Waffen, Granatwerfer und Munition. Nach der nächtlichen Landung und der Erstürmung des Regierungsgebäudes kommt es zum Big Killing. Shannon verhindert aber die vereinbarte Einsetzung der Marionettenregierung, weil er sie nicht weniger verachtet als die alte. Er erschießt auch den aus dem Exil im Nachbarland eingeflogenen, von seinem Auftraggeber ausgewählten neuen Staatschef. Einheimische, die nicht zu den zwei größten Volksgruppen gehören. Und Mitglieder der bisherigen Opposition sollen die Verhältnisse ordnen und eine neue Regierung bilden. Damit hat Shannon seinen legendären Ruf als Söldner zerstört, da er aber wegen seines Tabakkonsums krebskrank geworden ist. Sind ihm die Folgen egal? Er stirbt am Schluss des Buches, wie er immer sterben wollte, durch eine Kugel.